Heute in einem Jahr, der Countdown läuft, beginnt die Kulturhauptstadt 2024. Birgit, darf ich bitten? Auf den Tag, genau ein Jahr vor Eröffnung der Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024, begibt sich Birgit Minichmeier im Leher Filmtheater in Bad Ischl auf eine Reise aus der Welt von gestern in die Welt von morgen. Zu hören, Stefan Zweigs europäische Idee, geschrieben 1929. Und so ist dieser Traum eines geeinten Europas, einer geeinten Welt, älter als alle Literatur, als alle Kunst, als all unser Wissen. Stefan Zweig war ein so überzeugter Europäer, dass er sich durch nichts von diesem Gedanken abbringen hat lassen. Und von seinem Mut und seiner Zähigkeit könnten wir uns heute noch eine Scheibe abschneiden. So bündeln sich erstmals in der Geschichte überhaupt 23 Gemeinden in einem ländlich geprägten Raum zu einer gemeinsamen Kulturhauptstadt. Reich an spannender Geschichte, die vor 7000 Jahren mit dem Salzabbau in Hallstatt begonnen hat. Ein schönes Gefühl zu merken, wie sie langsam zueinander kommen und wir wirklich ausgewogen in allen Gemeinden Programm erzeugen werden, das hoffentlich eine Nachhaltigkeit aufweist und vor allem darauf hinweist, dass mit Kultur und mit Kunst sehr viel zu bewegen ist. Sie werden aus Erfahrung wissen, dass jede neue Generation wacher und früher wach ist als alle vorhergehenden. Dass sie keine Zeit mehr hat, wie die Vergangenen zu träumen und auch gar nicht den Willen dazu. 2024 ist es Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Und das ist die Riesenchance für das Salzkammergut, davon zu profitieren. Und profitieren durften wir, und das haben wir jetzt gerade auch in den Inhalt dieser Lesung mitbekommen, mit dem Gemeinsamen, wenn man sich gemeinsam Ziele setzt und diese auch miteinander umsetzt. Und dazu ist das Salzkammergut bereit. Ab 2024 steht eine Vielzahl aus historisch verwurzelter und zeitgenössischer Kunst- und Kultur im Programm. Von Weltaufführungen, Gemeinde- und länderübergreifenden Veranstaltungen bis hin zur traditionellen Hausmusikrohrs, nach einer Idee von Franz Welser Möst. Also man spürt diese Tradition, aber ich glaube, man spürt auch einen Aufbruch. Und ich glaube auch, dass das Kulturjahr hier noch viel leisten wird. Eine wunderbare Herausforderung. Und wir dienen jeder unserem eigenen Lande mehr, indem wir es vor ganz Europa repräsentieren. Zu allen Veranstaltungen, die es da gibt, es wird wirklich ein bunter Strauß werden, der sich über die gesamte Region zieht und es wird eine Reise wert sein. Eine Reise, die mit 19. Jänner 2024 beginnen wird und deren Vorbereitungen auf Hochtouren laufen. 1929.